Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Völkerfreund. Wie sie, in demonia. Zurzeit. Äh, wow, wie das aussieht, du hast, das seh ich jetzt erst. Du hast scheinbar einen Bikerhelm auf und einen Rot, oben Weiß und einfach das Nachtsichtgerät da noch runter. Sieht schon merkwürdig aus. Ein bisschen. Okay. Ein Schnuffen. Dann würd ich sagen. Schade, dass es nicht so eine richtige Juggernaut-Klamotte gibt. Oh. Das wär verrost. Den Helm gibt's ja schon mit dem Panzerglas vorne dran. Ja, stimmt. Na gut, dann ballistische Weste anziehen. Gegebenenfalls nochmal irgendwie so eine Bikerjacke. Die sieht ja schon ein bisschen nach was aus, so, ne? Die schwarze. Ballistisch bist du dann absolut nicht, aber sieht halt so dick und danach aus. Würde ich jetzt mal so mich trauen zu sagen. Oh, dann siehst du was. Nicht, oder? Na, ganz unpeich Munition, du hast so bescheid, wie es ist. Bescheid, wie es ist. Hä? Kann ich stacken? Oh, hast du auch gefunden. Die kann ich stacken? Also, hier drinnen. Okay. Cool. Hab aber gut Munition wieder gefunden für meine Waffe. Beziehungsweise du in dem Fall. Ich war ja eher nur dabei. Ich bin der Pascal und ich bin der auch da. Ne, es geht nicht. Uwe ist besser. Uwe ist auch dabei. Okay. Jeffrey. Ne, Jeff. Snickers. Beides. Dann fahren sie mal zurück. Dann fahren wir mal nach. Glieniska. Na, Glieniska fahren wir. Nachts ist es unklar als draußen. Ist mir mal gerade so aufgefallen. Nachts ist es kälter als draußen. Ich fahre mal richtig. Allah. Maschabibi. War das gerade bei dir gebinkt? Ne. Ne. Doch, ich habe eine Nachricht bekommen. WTF. Was? Wow. Achso, wann muss man abbiegen? Bei 6191. Alter. Wer ich fahren soll, sagst du. Das wäre jetzt kein Problem. Bist du dein Navigator? Ich nehme euch gleich schon fast ein. Mit der Krampf. Links hier vorne? Oder warte mal, lass mich mal kurz hier raus. Hä? Aber ich hätte jetzt hiermit irgendwie... mehr... Rechnungen. Sind das Orangen da? Land. Schu. Schu. Alter. Ja, nur geradeaus. Oh Gott, was ist das denn? Na gut. Es kommt demnächst eine Straße. Oh, ich habe mal eine K-Lampe an. Oh Gott. Da muss ja irgendwo dieser See sein, aber da ist nichts. Doch, der ist schon hier. Oh Gott, ist das dunkel, Alter. Was ist das hier? Hä? Äh, warte mal, hier ist ein Bus, Alter. Hier sind Busstops? Warum sind da zwei Busstops? Warte mal, du warte auf der Straße. Genau, warte mal. Bist du eben gerade auf die Straße rauf erst? Ja. Diese. Dann will ich mal kurz gucken. Hier sollen irgendwo zwei Busstops sein, einfach mitten im Nichts. Okay, hier ist ein Fußballplatz scheinbar. Hier ist ein Fußballtor. Hier ist tatsächlich... Ach so. Oh, hier liegt ein Zelt. Mittelgroßes. Cool. Wow. Wow, das reflektiert nicht. Hier drauf kann man kein... Hier drauf hat man kein Licht. Auf der Tribüne. WTF? Okay, hier ist jetzt die eine. Da würde ich sagen, ich bin bei der. Nee, oder? Nee. Das hätten sie ein bisschen schicker machen können, finde ich. Das ist jetzt einfach so hingeklatscht. Ach, da ist die andere. Na, und das ist... Kälter. Und ein Teddy. Und ein Pinker. Pinker oder rosa, wie auch immer. Generator steht hier, aber brauchen wir nicht. Haben wir genug. Sogar zwei zu viel. Ach so. Ah, fast vergessen zu sagen. Wir haben Fleisch mitgenommen, weil das verdirbt scheinbar auch so. Also auch wenn es gekocht, gegrillt, gebraten, geräuchert, alles ist. Das war ein bisschen schade, aber... Naja. Dafür ist es vielleicht auch da. So. Fährst du? Fährst du? Äh, ja. Fährst du? Gucken wir hier mal durch. Er liegt auch sehr vom Auto. Wegen Batterie. Ich glaube, wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Kannst du dir doch jetzt nicht erzählen, dass so ein Fleisch... Wie viel ist denn das? 250 Gramm? Nix am Hunger hochgemacht hat. Kann doch nicht sein. Fängt die Krawatte schon wieder an. Zu glühen. Teh, die andere Tierkarten. Teh, die andere Tierkarten. Unbegrenzung nicht. Alter. Oh, ist das ätzend. Okay. Ist das keine Zombies? Ist das da einer? Boah. Na, der Nachtsicht ist schon ganz geil, aber nicht mit Grün. Nicht mit so dolle Grün. Salzstangen. Ich hasse Salzstangen. Der Jutbesen habe ich oberfunden. Auf Klossenschleifstein. Wow. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Nichts. Oh, eine Tomate. Oh, eine vertrocknete. Geil. Endlich habe ich eine vertrocknete Tomate gefunden. Ist das ein Häuschen? Ja. Alter. Noch ein Generator. Alter, jetzt reicht's. Auch wenn's ekelhaft ist und scheiße, aber ich muss hier mit Nachtsicht weitermachen. Das ist gar nichts. Wann haben die denn das so krass dunkel gestellt oder gemacht hier? Mhm. Wie sieht dein Motor Cross Helm Mundschutz aus? Makellos? Yes. Makellos. In rot ist der. Ja, der hier auch. Ich glaub, da gab's nur rot sogar. Ja. Angelhaken, wir haben auch noch nie geangelt. Das hatten wir auch schon lange vor. Ach, Mensch. Aber ausfällt auch nicht. Ja, das war's aber. Wir haben zwei oder drei Fische rausgezogen und das, ja. Also, richtigen Angelfolge. Oh. Alter, ich erschreck mich da immer. Okay. Das ist ein Splash. Ich höre einen Zombie, aber ich sehe ihn nicht. Das kotzt mich am meisten an. Sag mal, sind die Zombies sonst auch nicht nachts? Also, nicht richtig? Das wäre ja krass. Oh, shit. Kommst du doch bestimmt hier nicht über den Zaun. Ja. Oh. J70. Keine Ahnung, was das ist. Die Kleiner. Irgendwas Tod, ja. Die ganz Kleine. Oh. Jod. Wie voll ist denn dein Jod-Dings? Ah, ist er überhaupt dabei? Moment. So eine Glasflasche mit orangener Schrift. Wollte, ich denke, du hast Jod. Jod. Jod habe ich gar nicht dabei. Okay. Ja, ich habe ja dabei. Das ist ja so ein Prima. Das ist Prima. Oder so. Ja. Alter, ich habe dir einen Headshot gegeben mit einer Colt, Mädel. Kann doch nicht sein. Die Colt ist ja richtig beschissen. BTF. Ein Headshot. Nee. Oder ist die ACP so scheiße? Geht eigentlich. Hast du vorher auch die ganze Zeit mit der FX da rumgeschossen? Oder auch die Munition, oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Ich überlege auch. Ich weiß es gerade nicht. Warte mal, die FX. Oh. Doch, 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 doch. Doch, die hatte die auch. Ja, weiß ich, vielleicht ist das ja dann auch nochmal waffenabhängig. Also real. Und dann eher nicht. Glaube ich jetzt nicht. Also wenn es die gleiche Bezeichnung hat, dann sind das eigentlich immer die gleichen. Also von der Dingsmenge und so ein Zeug daher, wie die erfüllt sind. Ja gut, stimmt. Die Waffe schießt ja eigentlich an sich nicht, sondern nur die Kugel schießt ja, ne, irgendwie. Ja. So gesehen. Die, das Gewehr löst es ja nur aus. Stimmt. Ja gut, da ist der Lauf aber vielleicht wichtig. Oder ist das, nee, der Lauf ist doch ja auch nur fürs Gradeschießen, oder? Die macht er nicht schnell oder langsam. Na, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Ja, die macht ja diesen Trial rein, damit er stabil fliegt. Jo, denn sind zwei Zombies. Gerade zu. Drei. Ja, gleich mit dem Gewehr mal ausprobieren. Mit, mit dem Lauten? Ah, okay. Oh nein. Okay, von rechts. Ist klar. Ist klar. Oh mein Gott. Das war knapp. Ich spring mal aufs Auto, ja, dass du Bescheid weißt. Und ich muss was wechseln. Oh Gott. Hier geht's richtig ab. Oh mein Gott. Oh Gott. Quatsch. Jetzt, wenn. Ja, wir stehen jetzt hier alle hinterm Haus. Ich wollte auch gerade sagen, hier kommt gerade gar keiner mehr zu mir. Deine Schrotz ist einfach zu laut. Die Zombies sind einfach nur... Nicht. Mit Zombies. Genau. okay würde ich mal sagen wir haben ganz gut du hast du hast was fix tücher meine ich natürlich wächst tücher badwasser oh hier ist ein medical center mit zwar mir drin wieder hier ich habe mal wieder multivitamintabletten gefunden die ich sogar mal wieder brauche ganz kurz hier drinnen kann ich ja das ist das grüne eklig so thermometer brauchst du nicht wo ist das erst wenn du spürst das ist bei dir blutentnahme ist es jetzt ich habe dir meins verabreicht ne bei dem server war es gar nicht bei dem anderen okay jetzt war hier irgendwie so gut wie gar nichts drin btf what dann fehler führst du schon abnimmig gibt er noch um schreibt den kommentar auf euch das video gefallen hat tschüss kommst du dann dann sam Vielen Dank.